Annette und Sammy covern, beziehungsweise setzten zusammen um, stell dir vor, dass unten oben ist. Song aus dem Annette-Elysian-Abend und man muss sagen, man hätte keinen schlechteren Song wählen können. Es war ja damals schon eine Katastrophe, dieser Herr Sorge-Dreck, muss man ja wirklich sagen, also eine Ohrenquälerei oder eigentlich, da wird Ohrenkrebs verursacht mit so einem Mist. Und jetzt singt die da auch noch mit, also es war wirklich katastrophal schrecklich und dann war auch wieder Autotune und bei ihr hat man auch Autotune draufgeschmissen. Also schlimm, schlimm, schlimm. Also natürlich die mit-Sing-Mein-Song-Insassen meinten, das war geil oder so, es war Schrott. Sammy hat mal wieder schief gesungen. Das Einzige, was gut war, die Stellen, wo sozusagen ohne Effektmüll alle beide zusammengesungen haben. Also Sammys und Annettes Stimme, fand ich, passen wirklich sehr gut zusammen. Also eher sozusagen als bassiger Background sozusagen. Das funktioniert. Das hätte man umsetzen können, aber so hat man einen Effektmüll und planlosen Rotz zusammengeklebt. Es war schrecklich, schrecklich. Also das ist eine Beleidigung für alles, was mit Musik zu tun hat. Also ekelhaft. Und dann dich, beziehungsweise merkt man so am Rande an, dass Sammy und Annette wohl jetzt hier sich verabredet haben, zusammen was zu machen. Also ich kann an die Lusian nur sagen, also wenn die jetzt sagen, also ne, mach deine Musik nicht kaputt mit diesem Dilettanten. Der hat null Ahnung, der macht nur Schrapel. Nenas Album hat er ja auch in den Sand gesetzt. Das war eine Totalkatastrophe. Und das würde mit deinem auch passieren, wenn du mit dem Dilettanten tatsächlich Musik machst. Also das wäre schrecklich, schrecklich.